So, jetzt müssen sie in der ersten Etage oder ganz oben sein. Ich glaube, sie sind Küche. Noob. Nein. Noob. Natürlich sind sie nicht Küche. Sie sind hinten letzter Situationsraum. Um... Puls mit dem Balkon... Schlafzimmer. Ja, Schlafzimmer. Wir haben ja hier schauen uns an den Christenplan. Ja, wir müssen auch feststellen, wo ich bin, ist halt auch sehr countanfällig. Ja, aber bisher ging es immer gut. Mal gucken. Ja, wir hatten da immer unsere verschiedenen Winkel, da habe ich immer Leute weggeholt, in der Dusche, in der Badewanne. Sagen wir mal bei dem Part, wo Jung rausgeflogen ist. Die Klamour wäre hier nicht ganz gut. Ja, wir brauchen... Ich habe, ich habe eine Klamour. Ähm, ich wurde entdeckt. Ich habe... Hier, an das Fenster natürlich eine Klamour. Ab durchs Bad. Ja, hier unten ist sie viel wichtiger eigentlich auch. Ja, Daniel hat ja noch eine, oder? Ja, ich habe eine, aber ich bin hier oben schon. Ja, komm runter und legt mir Klamour ein. Ja, okay. Wo genau? Ja, unten. Ich weiß nicht, ob Haupteingang vielleicht auch irgendwie welcher. Danke. Böne. Drone activated. Okay, ich schieße schnell auf mein Fenster. Einer ist im Bad, zwei im Bad. Doc und Bandit im Bad. Sag mir, wo... Drei, vier Leute im Bad. Da gehe ich nämlich jetzt hin. Ich lenke da hinab. Warte, warte, Daniel. Da werfe ich einen Frack rein. Ich habe einen angeschossen. Der schießt doch auf. Nein, ich bin still. Ich könnte so... Mensch, also gut. Ja, mach... Andergeisel. Hans angreifen, aber... Luke Andergeisel. Mach halt auf. Mach das Fenster auf der Welt von unten. Boah, habe einen. Mach Fenster auf. Schieß auf. Ich werfe da eine Frack rein. Vorsicht, Daniel. Weg da, weg da. Da ist C4. Wo? Schockdraht zwischen. Weg da, weg da. C4, Vorsicht. Wow. Oh, das wäre mir fast auf dem Kopf gelandet. Da waren vier Leute drin. Habe einen. Ja, da waren noch zwei. Ja, da waren noch zwei. Nein, da ist der. Noch einer war da. Oh nein, der war da noch. Oh nein, der war da gefallen. Hey, Sub, kannst du gegen das Schild ein Ding da schieben? Ich bin schon tot. Fuck, nein. Wo ist der letzte? Ich weiß, dass er hier war. Ich gebe... Cobra, kannst du mich decken? Kannst du mir nicht schon rausdecken. Komm, ich riskier. Ja, das war der letzte, glaube ich. Na, ich bin im Bad. Ich bin im Bad. Im Team Raum ist noch einer drin. Vorsicht, keine zu. Alter. Schön. War das ein Ace? Ja, ja, ja. Ich glaube schon. Na? Ja. Das war ein Ace. Eigentlich schon. Eigentlich schon, ja. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Nichts? Nichts? Ja, du. Das war, oder? Das war eigentlich ein Ace. Oder? Hat Junglein noch einen Gold? Ja, dann war das ein Ace. Ja. Ja. Ja.